Wien, die Bundeshauptstadt Österreichs, ist mit 1,8 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste Stadt der Alpenrepublik und ein wichtiger Verkehrsknoten im Netz der ÜBB. Mehrere große Bahnhöfe finden sich in der Stadt. Dazu gibt es ein dichtes Nahverkehrsnetz mit S- und U-Bahnen, Regionalbahnen, Bus- und Straßenbahn. Besuchen Sie mit uns diesen Verkehrsknoten. Die Geschichte dieser faszinierenden Stadt zeigen wir in einigen historischen Filmaufnahmen, die Gegenwart in beeindruckenden und informativen Szenen. Kommen Sie mit ins größte Straßenbahnmuseum der Welt oder sehen Sie alte Trambahnen im aktiven Dienst. Auch ein Besuch im Eisenbahnmuseum Strasshof, dem Flugplatz Wien-Schwächert, bei der Donauschifffahrt sowie im Hafen Wien fehlen natürlich nicht. Erleben Sie in 58 Minuten einen Verkehrsknoten mit einer ganz besonderen Atmosphäre.